Wenn wir immer in der Klasse gehen, wir sind noch in der ersten Staub, wir werden die zweite Portwelle nehmen von dieser Klasse. Wir haben ab Sied 5, sage ich, das ganz eng. Das wird eigentlich ganz eng, als nicht sehr leicht, um Menschen zu finden. Wir haben meist immer nach Rot, das Wort nach Schaufen. Und weißt du, was wir brauchen, dass wir bei uns sind, ein Mensch, was ganz eng ist, immer im Engen feilt, und immer im Engen ist, dort ist auch nicht, was wir alle sehnen, aber wenn wir mit dem Ding nicht wiederkommen, dann ist es manchmal schön, wenn wir mal im Engen kommen. Und die Charaktion ist, dass es eine Sehnung ist, wenn wir dort beleben können, im Engen zu kommen. Wir haben diese Geschichte von Lukas 15, auf 32. Und das ist von dem verlorenen Sehen. Und wie weit das dort, die Geschichte, glaube ich, wird nicht alle bekannt sein, aber das ist das verlorenen Sehen. Der wird dann noch nicht verloren, aber dann ist es, dass wir, er wird eckig, er wird selbstständig sein, und er sagt zu ihm vorher, Ich weiß nicht, dass ihr da mal an gedacht habt, was ihr meint, wenn ihr sagt, Ich habe mir mir aufgut. So bloß an denken an was aufgut ist, und was wir in der Bibel finden, dass wir ein aufdeil an die Himmlische Reich waren. Und ich dachte, das Junge auch, dass er sagt, er hilft mir mein Aufgut, aber er hilft mir das Aufgut, nicht? Das Aufgut wird von ihm versprochen, was er sich in der Höhle hat, und das will er, wie kann er sein, fertig haben. Und das Junge, der verprostet alle, was er hat, und er landet auf dem Schweinhack. Schweinstall oder Schweinstab, wo er immer wie ein Mann geschwinkt. Und das ist ein feines Bild, was das er hat, ja, und das ist nicht ein scheines Bild, wie ich sage, wo er ausgegläst wird, und sein Geld und Habergut alle verbumst hat, verleefd hat, wo ihm sein Leben ecklich wird, meid wird. Das ist ein kleines Bild, was wir in der Bibel haben, in der Olle Bund, in der Geschichte. Und das ist auch ein Bild, was wir von der Aufgut veransprochen haben, wo viele von uns Menschen entkommen. Und nicht bloß sagen, was wir wirklich erleben, ganz aufwachtig, mit ihm. Wie kennen wir Gottes, was beteilt sind? Wir kommen an den Selbst gelogen, dass wir einmal in den kleinen Trubel, was wir haben. Wir kennen an den kleinen Trubel, weil es so groß wird, dass wir im Einkommen haben. Und da ist auch der Weg, wo wir wiederkommen. Wenn wir erkennen, dass wir im Einkommen haben, dann ist das auch ein schlechtes Ding im Einkommen. Das ist eine Heilung. Ein Mensch wird dann ein Doktor, wenn er sich selbst nicht weiß, dann wird er ein Doktor, eine Rotfrau. Deshalb ist es eigentlich, was soll ich tun. Und ich habe das Bild hier, was ich nicht will erklären, Ich erländer Mensch. Ich aufgemockere Mensch. Diese Vers, ich komme von Römer Kapitel 7, Vers 24. Und das erste Ding vom 15. wieder, aber im 25. wiederum ist es, kriegt das Ding, was wir morgen tun haben. Paul schriftet hier, Paulus, weil er immer war, das Ding, das, was er nicht will tun haben. Und das, was er will, das, das, er nicht. Und dann sagt er, er ist tot, er ist tot, er ist in der Karoff, wo er bloß gar nicht hinkommen. Er darf, was er immer war. Er war, er war, er war, passiert das. Und er sagt, er war 10 Stunden, dass er weiß ich nicht mehr das. Und dann sagt er, du im 25. verfahren bist du, ich erländer Mensch. Ich verlorne Mensch. Wer wird mich loshalten, von diesem, ich wollte, ich mache, wie ich sehe, und wird mich immer war, er drüben, das. Und das sagt er selbst, wie wir brauchen, zu kommen. Ein Ding, was du hast, hast du ein Angerproblem? Hast du ein Problem mit Baterfeilen? Mit beleidigsternen? Wo er immer das ist, über das Problem, was du hast, wo er immer war, passiert ist. Das ist correct, das Paulus, das Ding. Paulus, wir, ein ütgewählter Gottes, ein Ding, können wir sagen, was beroepen wir, Gott sind well, und zu tun, und hei, wie in der Handelau, oder er muss sagen, ich erländer Mensch. Und weißt du, das kriegt das selbst, was wir beleben, und wir uns mal selbst bechecken, was wir das, in welche Welle tun, dass wir wirklich mal nennen, und was sind, wie wirklich, fair God, be God, und be uns. Da muss ich mal wissen, was von verlorener Tochter, und wie sind. Ich sage immer, diese Klasse, was wir hier haben, haben wir nicht bloß einen Betrag, nehmen wir für alle Zünder, so wie mit uns Menschen, über die Zünder, ich glaube, wir kennen jeder einer von uns, wenn wir auch den Frieden Gottes haben, die Leidung von Gott haben, und wir haben klare, wie sind schon hier, und wir brauchen, wie danach, weiter zu checken, an uns, worum sind, so ein Ding, so ist die Zünd. Was ist die Ursache, dass ich von der, die Amstel, wo ich sie, in der Gemeinde, wo ich sie, in der Heim, wo ich sie, in der Land, wo ich sie, worum ist das, so ist das es. Goud oder Schlag, worum ist das, worum ist das, und das wir hier wirklich kicken tun, wir denken vielmals, dass wir eine große Zünder, woran Drugs leben, oder Alkohol trinken, oder stehlen gehen, mehreren gehen, all die große Zünder, alle Zünder, das ist neidig, dass sie sich mal prieven. Aber, weet ihr, was von dem, wenn wir ein kleines bisschen ansehen, und uns, ist das gleich neidig, dass du, und ich ans Prieven tun, ein Donut, wenn wir auch geliehen, an Gott, was danach, ans Ware aufmerken, und checken, wo und wor von Schwein hat, sie ich. Und wor von einer Leu, sie ich. Wir denken vielmals, dass wir haben, und wor ist mein Problem. Und dann, dort die Hand bringen, ja, ich sage, man hat eine Brücke, mit dort, mal wirklich, ob zu merken, und zu checken, wor ist das, wor ich kann. Ich wollte hier noch, so meine Bilder wissen, wann wir, seine, dort wir, keine, nicht oben merken, dann, wor ist das, anzuhören, dort, dort ist was, was da fehlt, auf zu merken. Hast du noch, ein Touw, geschlossen, nicht hört, du weißt, dort am, dort ist, alle Hände, die Rieset, du weißt, dass es nicht, so es, das soll sein, aber du weißt, noch nicht, aufmerken, du weißt, noch, zu holen. und weißt, die Menschen kommen, manchmal, aber da, die sind das, ich weiß, dass ich so etwas tun soll. Ich kann das, feilen, und mein Herz, das ist, was, und nicht so, als das soll sein. Und einige Menschen, die gehen auch nach Hilfe und sagen, dass ich weiß, dass ich was, was ich soll loslassen, und ich weiß nicht, wie das macht. Some die sind in Leyen geloven, die mögen nach Angst, oder die mögen nach Beleidigung, nach Bediennis, und die wissen nicht, wie geht mit das? Ja, ich weiß nicht, wie es los geht, ich weiß nicht, wie soll ich das tun, wie kann ich mein Glauben stattfinden? Und wie wir alle von der Ongelien werden, und dann gehen, weißt du was, die baas, die ich da ist, für die ist, einfach bloß mal im Eing kommen. Mal im Eing merken, nicht bloß zu denken, das wird hier noch mal passieren, oder das ist noch nicht die Zeit, Gott hat hier seine Zeit, weil er ist, was wir alle Haare, das ich soll, und was ich kann. Gott ist ja nicht, die Haare fehlt dir dood, aber weißt du was, wir können uns nicht verleten, dass wir in uns sind leben, in uns zu geschlossen, Gott, bloß worden zettet in Leyen, Gott wird hier noch tun. Und dann müssen wir klar haben, unsere Probleme, woran wir sind, dass ich hier die Frau, was ist dein Problem? Und ich würde von dir und alle Frauen, die da nicht mehr als nicht sagen, woran wir ganz von heute ohne ihr selbst verleten? Mal aufmachen an die, und wo man die mal selbst bekommt. Wo viel von deinem Leben, dass du die selbst verleten? Und wenn ich in so einem Gedäue, was ich gemerkt habe in meinem Leben, wenn ich beleidigt sehe, eben ein Mensch, eben meine Frau kann es sein, dann lege ich. Hast du das gemerkt? Wenn ich beleidigt sehe, eben eine Person, dass du dann lege? Weil lege, weißt du, wenn es nicht ist, wenn es nicht ist, wenn es beleidigt ist, wenn es nicht ist, wenn es nicht ist, wenn es nicht ist. Wollange du das, dass du wirklich eine Leere tun hast? Und das war, ich würde gleich, wenn wir uns selbst checken, wie viel Mal am Tag, dass ich die Antwort hätte, wo das Banner ist. Ich habe das nicht aufgemerkt. Ich wies mich selbst nicht. Ich kann nicht, wenn es da so ein Banner war, ich kann ihn well wissen. Und da so ein Banner war, ich habe noch einen Plan überdacht, und weil ich mal hart hat, ich habe es selbst weiter, weil ich fange mich an zu beleiden. Und ich habe es gemerkt, dass ich eine Beleidigung habe, dass es dort ist. Und ich habe ein Banner beleidigt, ich habe mich in der Früh. Und es hat bloß ein kleines Banner sein, und ich habe ein Banner gefehlt, und ich habe ein Banner gefehlt. Und ich habe mich gefragt, woher das ist, wenn es nicht geht? Und ich frage mich, na, ob es nicht ganz gesund ist? Ja, was ist das? Dass ich den Bock am Anfang leer, den Körper, da habe ich mir bloß nicht so geschaffen, ich weiß, na, was ist das? Hast du nichts? Hast du nicht bekommen? wird wird wie fange und erleben es zu gehen wir legen uns als wir dann sei wir vielleicht nach dem denken nach sie werden so dann denke ich noch ein gestemmt ins krieg uns wenn es dort wird sie mir richtig sein die dort heute noch nicht für jeden dort lichter nach bernach käme danach wo wir haben sie fragen die wort mir als noch nicht dann jetzt mich so ich soll wirklich dort aufmerken aber dann kommt noch da noch so etwas dabei und verstärkt noch hochmüten die sagt mensch noch mal dort meine früte sein werden so ein ganz kleines ding werken wir beleidigt sie ein mahn ein groter mahn was er so wehrt im huis sein und was er so der frühe leuven in goud sein wir beleidigt worden wenn so ein ding wird die dann kiegt die nächste an ja aber dort haben wir alle so hier ein mensch wer würde nicht so sein wehrt ihr so stürmt er ab ein oder nächstes ein nächstes und wir leben an leines mit uns bloß wenn in beet beleidigt worden wehrt ihr woher brukt im einkommen ich kann nicht ich ich muss dort zu stehen ich kann nicht ich brukt werkliche im einkommen und mit mir eine fleischwaren noch ein schritt zu kommen dort melken das wort war er brukt mir auch wenn ich in den klinbüter erklären weil ich das fleischvinger und mit mir da ist die tier ja war wir hier tiekken doonen dien ein hat eink und ich verstoß das nicht auf zu melden aber das ist was ich meine ein wenig auf zu melden das best du als zeile je mensch oder jesel je mensch und hier hast du in fleischel je eink eink besiedi und dieser das sage je viele von leines wenn ich beleidig sei von meinen partner und meine fru oder werber das dann feil ich hurt beleidig das war ich feil und ich feil und ich feil dass ich mich nicht ich feil ich feil ich feil mich ich feil mich ich feil mich ich feil mich das war ich feil das war ich feil das ist uns ich hier und weet ihr was wenn ich wirklich das jesel je zuilische ich mit der Hand drehe dann feil ich dann feil ich zelisch auch an sie zu feil das ist was eine beleidigung das und da maak ich entschädungen wenn ich da handchecks das oder das nur mein fleischel je menschke das dann feil ich dem an zu glauben und leid mich selbst für das ist was passiert in das das ist ich mal und gedacht wo es das an die das 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 kärbelig ich hab ich schon über das 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 ich sage, und der Hotspied ab. Meine Frühe, die taalte mit mir alle, was das Dahl war, der Puls. Scheint mich ein bisschen gefährlich zu sein, und das Dahl in mir alle, dicht bis ich kann, dann muss der Puls taal. Hau, die kann mir Füße tun, nicht? Wo ist er? Und ein gewöhnlicher Puls ist, was 70, 30, bis hoch ist, und sie sagt, dass sie mir alle, dass wir 130 gewesen sind. Und wir haben einen Mann, was wir in einem Ambulanz in einem Hospital für die Wenz, das ist ein Dahl wieder, dem sind wir 180. Das wird das, wenn wir Dahl sind. Das wird das, wenn wir da wollen, wenn wir da wollen, wenn wir da wollen, oder ein Tier, oder ein Monster, oder was wir da nennen wollen, oder wo das Fleischeljag in Kontrolle kommen hat, oder uit Kontrolle kommen hat, können wir sagen, du hast ein Enger, du hast eine Wut mit der Kontrolle in das, weißt du, wo das Hotspied in das? Das ist, was natürlich hier passiert. Und weißt du, was passiert in das mit dir in der Säule? Das passiert was? Eine Säule, der hat eine große Angst, wenn das Fleischeljag gestorben hat. Da wird eine große Angst. Das ist, was passiert in das mit einem Mensch, wenn das Fleischeljag in Kontrolle kriegt. Und das weiß dann noch nicht, was das geht. Und das will ich alles sein, in besonderen Schemen, Jungs, Miales, whatever das heißt. Wenn die Anger in Kontrolle kommen hat, dann weißt du nicht, was passiert. Da habe ich immer und immer gesäunen, und Menschen haben mir das gesagt, was das schafft. Dann passiert es in ein Ding, was die Mensch niemals well done. Da hat es ein Vier hing daran, was die Mensch kontrollend hat. Von woher kommt das? Von dessen Lehner. Und ich habe so viel mehr erlebt, dass die Mann in die Früh kommen top, er noch helpt. Und wenn sie dann so fatale doden, dann kommt das, was er am Dagen hat. Ja, dann frag ich mich einmal die Mann, hast du noch mit Trübel mit, da war. Na ja, ich habe sie hart, du bist ja gut mit dir schafft. Ich glaube, das ist nicht mehr so schlimm. Und ich sage mich einmal, das ist ein ganz einfiger Weg, wie du die Kostos-Soman ausfingen. Besonders an denken an eine Frau, was du schon gehabt. Und ich will dir das von dir mit dir. Eine Frau, die eine Frau von dir ist, ist ein Ausmaß. Und das ist ein einfiger Frau. Frau, das ist ein Einer. Die Frau hat nicht nur Spiel, manchmal möchte ich mich gehen um ein sert. Sven wollte ich ausfingen um, also vom Kostos in der Nähe war ich mich musste. Das schnell ist auch so, dassỏ es nicht wirklich so. Das ist wo wir keine Ahnung in Fingen. Und die verr限 od das Luft haben. Und das ist wo der Menschen werden lebend und und das Fleisch soll ihr kontrolliert haben Weet ihr was, wenn ich auch ein Kind gerade sehe Wenn mir einmal die Worte ansteht ohne dass er etwas zu sein ist Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich würde meine Eugen mit dir schienen Aber die Gedanken die wirklich sind ja boosig Wie dürfen wir bloß hören wo wir einmal ein Asschlein Mensch es waren, wenn wir bloß denken und dann kriegen wir hier bei Syria von den Isis Dann haben wir einmal die Haare und die Gäste hat Christen dort gemerkt Was rollt in deinem Kopf? Die Fleisch soll dir nicht es platz dich dort um sein Die fehle mal alle dort zu merken Ich habe nicht so eine Gedanke Aber ich denke sogar wenn du etwas geredet von Christen stets die Gäste haben die Bomben abgeschmitten Da fehle mal eine Bombe zu schmieden Das ist eine Entstehlung Das ist ein fleischlicher Ort Und dann kann ich bloß die Unterschiede merken Wenn du dann denkst und die Menschen fehlen dort zu verbarmen Ja, das ist eine Worte was uns nennt vor und das sei ja nicht, dass ihr hier abpasst ob sie nicht sind geworden Dann denkst du an Was hat die Menschen gehört? Was verlangt die ihm gehört? Oh ja, was soll die Tinger? Das ist sehr schwierig weil die wurden durchgemacht Behalte, was soll die Menschen was er tun Was hat die von gehört? Das ist eine Entstehlung Das hat die Menschen gehört Und dann ist das was wir von uns leben rutskommen, was das was fleischlich ist Und das hat wir jetzt schon ein bisschen und daan braucht man ihn ein zu kommen Ich muss und so braucht es du Ich will mein Leben immer wahr sein, dass das ein Kota was das ist das fleischliche Eierkontrolle Das wird immer wahr sein und dann hoffen Wir finden so eine klare Versch für das in der Bibel dass wir wirklich eine Kraft brücken die immer dort ist und da ist wo wir dann mal einmal reingangs um einkommen um lachfeile zu sein Wir sind verloren nach Thoustaand an die law was wir sind Da ist ein bisschen als viele von die Dinge sind wir wollen wir wollen beten wir glauben an Gott er sagt in Matthäus 18 Versch 9 das wird wir beten er sind weil wir uns hier wo ein paar versammelt sind wenn ich so verschläge wo zwei oder drei versammelt sind sie genommen das ist ein Mädel mag so wir haben so wir haben vor allem wo es klar sein wird und er hat uns diese Kraft und er hat uns diese Kraft und er hat uns die Kraft im Einkommen wir wissen wir wissen wir wissen wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben das eine andere macht und wir haben diese Kraft wir haben wir haben wir haben frei zu werden los zu werden und das ist mein Bild was ich wir haben und denken wora bräuch wie an unser Leo wo kann ich im Einkommen manchmal bräuch Gott ganz krank mensch ans Amsach wie würde gleich wenn ich mit mein Problem irgendwo hanko und rede die mensch davon ich würde gleich ja ich weiß krank von was du redest mir hat auch vielmals das steht aber weiß was das ist wie mensch das gibt das ihre Haar das steht ja gar nicht wenn du immer beleidigt bist und die was sonst die behaun wird dort wird er mich nicht beleidigt das ich würde auch sagen so ein Konfass du hast mit alle andere Dinge in so eine Familie du bist da wird er mich nüscht die das ihr jetzt ich würde für schon auch sagen dort sind so die Chasses die wir gleich ihr mag hier ist ein mensch oh ja das steht mir oder du bist beleidigt wenn ein Person und jetzt und verteilst dem ja wenn es dort wird er geht mit dem hat er das ist dort dem hat er bloß der geht weil die mensch erregt das nicht wieder dort er die Miser dort er die Jahn dort er die Jahn dort er die Jahn und die der auch denkt er bloß an dort ist nicht weil die werden dem erschweren mögen dort 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 sind es maglich wem ist er maglich dort Fleisch dort berg wie ihm entkommen wo Jesus zu Petrus ich weiß nicht mal wo die Pfarrer steht aber da steht wo Petrus sagt er gleift an den Sehnen Gottes dann sagt Jesus Fleisch und Bluthaft die da nicht an Bord und ich will die Pfarrer stehen und auf dem Stein will ich meine Gemeinde bewegen Ängste wieder da vertelt Jesus von dass er was nach Jerusalem gehen und er was doodgemerk werden und die Kriegsgewerden sagt Petrus so laut ihn nicht gefallen was sagt Jesus Satan go hingen du reeds nicht von jättlich du reeds von fleischlich kann ich hier die ungescheid sein war das in uns leben und hier ist wie wir uns mal priefe tunen woher immer war da was ich nicht will woher und haben wir haben das wir wirklich eine kraft sind schicken gottes all mache haunt die halb mit alle not die halb me so gut mein fleisch ruht und nicht habe war das was das dann sie frei wir haben kolosser kapitel 3 vers 3 und sei auf einer vers das sagt wann wie gestorven sind oh mein tot dood to sin reimer 6 vers 3 sag weit je nicht dat all die wat je tof sind die sind tot jesus christus getoft das verbrückt und weit je wort wenn du die was selbst dood merken ich rede nicht von suicide versteht mich nicht wenn du die einde fleischwesten dood merken noem treten dann brukt das fleisch dood ich sage wie menschen nicht sterben was passiert wir gehen bloß einfach dood du hast kein kontrol das dood wenn du die man stotst das leidt und die zuil du leidt nicht die leidt ein leidt ein leidt ein leidt ein leidt ein leidt 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 Nein, 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 wie kann ich euch vertellen von der Bibel, ohne dass ich ihm die Bibel verhält Anyway, das ist eine ganze Vertaalseite, weil ich ein Christ in diese Gegend Und da ist ein Mensch, wenn ich 12 oder 12 Uhr steckte, blieb sie auf den Stab Und ich fand ihn, die kommt danach und schlapp mich rüber und nahm mich ein Dollar Und dort macht er, was ein Christ wieder Und findest du so ein Mensch auf diese Ede wo? Wo du wirst die Vertrauen einmal zu sein, was ist das jetzt? Das ist ein Mensch, wo wir anfangen, nur eine Kraft zu sehen Ask dann übrigens, wo ist Gott zu finden Wo hast du verändert von Gott? Wo ziehst du die Hand von Gott zu finden? Oh, wir können sagen, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch Das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch Aber ich habe dich dabei, noch einmal, oh, wir können auch in den Naturgut finden Wo Beinwurst, wo Krüttwurst, wo Groswurst, wo Menschen leben Tiere leben, ab der Groszau Da sei wie eine Kraft Aber das ist nicht die Kraft, wo wir da sind, das haben wir ein ganzes Problem Wir müssen wirklich immer switchen, nur eine andere Kraft So, das ist ein Mensch, was wir in Canada und das ist, muss wirklich Menschen sehen Und ich sage mir, du warst somewhere, ab Engelscheid, wenn ein Balkany-Personen fingen nicht Eine Person, wo du nicht abkriegst Eine Person, wo du weißt, dem muss du trusten Eine Person, wo du wirklich 50.000 Dollar mitgeben hast Kein Traum Das ist abreichend, du bist nachts in diese Welt Wenn du dort findest, dann hast du, wo du kannst noch checken Nicht unbedingt nur die Person Aber wo ist die Bühne an die Person Wo hast du Und um die Kraft zu sichern Das jetzt scheint Aber ich bräuchte eerst um Engel zu kommen Man muss mein eine Tod ergerutschen, gedau Ich muss erst einmal einmal aufmerken In der Wahrheit, dass ich gewerkt habe Ich sage einmal einmal, was man die selbst mal bekommt Und wenn du abrechtlich wirst, sagst, wer du bist an deinem Wort Dann musst du Gott finden Dann musst du Gott finden Und wenn du von heute nur Gott segen Dann musst du die finden Und diese Abrechtigkeit an uns Dass wir uns nicht verlegen Oder selbst totdaten Und bereden uns Das ist nicht so schlimm Ich meine, mir ist das nicht so schlimm Ich erzähle manchmal, wenn ich in den Morgen Ich bin in den Morgen Dann sage ich dir Du glaubst vielleicht, wie ich komme mit einem großen Trubel Das ist nicht ernstvoll Wir haben keine große Trubel Wir wollen bloß mal hierher kommen Und zum Ding mal ein bisschen durchreden Ich meine, dass man in den Morgen Noch mal ein bisschen aneinig sein Das habe ich alle Lieds Da würde ich noch nicht in den Augen sehen Was da bloß China aneinigst hat Das würde ich alle erwarten Von hier, dass es so ist es bei uns ist Weißt du was? Ich habe eine sehr feine wahrgenommen Das schmack oder glasstrecke Und also, wenn man einmal kommt Etwas weiter Und ich fragiere bloß Ein bisschen weiter Man einmal sagt Ich habe von der Ich habe von der Ich habe von der Ich habe von der Mit mir und meine Frau Wenn ich komme Und ich habe von der Mit ganzem Und ich habe von der Mit einer reine Klare Mit der Mit der Mit Und von der Mit meiner Frau Aber Und irgendwas Aber Weißt du Ich habe von der Das war Weißt du Das Und ich habe dann Löchst sich selbst Fair Und dann finde ich Die Schicht wieder Stil vertelt Mit ihm Und der Der Wie YouTube Und ich habe auch gesagt Wunder was der Nachrichten Was er dass wir mal recorden, was alle Dörr ging. Aber ich fragte mir einmal die Frau, na, was hast du zu sein? Na, wie fettend bloß haben wir einen Tag geben? All right, das ist ja anders. Wie ein Klima ist anders als alle Eigenlieder, nee? Das haben sie am Däden nicht. Weet ihr, was, das sage ich dort, weil wir selbst selbst schauen, was ich? So, ich, wenn du in der Hüste kommst, aus morgen oder aus früh, was sind deine Gedanken, wenn du deinen Partner begegst? Meine, wenn du am Bischof, eine halbe Stunde los bist, kl. 12 soll mehr, wenn du nicht reinkommst, und das war halb eins, was du riebelst, du bist in der Hüste vor, wenn du was in der Früh traf? Was hast du an dich? So am Däden, wenn du früh hast das Eten nicht reinkommst, an der Klocken ist 12, wenn du war halb eins, war die Mann, was ein Messwitz in die Hüste kommst, was biet die ab? Was hast du? Das ist die selbst verlegen, hast du all die Däden gedacht, was er was vergehen, woher am Däloot wieder? Hast du lang, um von hier zu sitzen, die Tags, mit er noch was früh. Und ich will meine Mann bloß sagen, die Kökker, die wir nicht huid. Das ist ein All die Ding, wo wir mit dem Neuen checken, was unsere Problems sind. Und ich will gleich ein Wort von Ritter bringen, wenn wir wirklich im Engen sind, was haben wir denn tun? Wir haben das Bild von einer Kroft, eine Macht können wir sagen. Und ich will dort gleich in der Brücke, als ein Beispiel von einer Allmache Kroft, wo wir keine Ahnung knacken, und wir wirklich helpen uns. Eine Power Plant. Und wir haben Johannes 2 geschrieben, Johannes 3, Vers 9, hierin sagt es, das Licht ist das Recht von dir, in deinem Sinn. In das Licht, ist es nicht unbedingt so ein Licht als das, aber ich will das in den Beispiel bringen. Das Licht, das Jesus gebrucht hat, gebracht hat, um erklären, was er meine Däden dass es ein Öpner hat. Ich sehe um Licht. Ich lese da, wie ich wirklich sehe. Abrechtig an die Wahrheit, komme ich auf. Hier sehe ich Jezus. Das ist was ich getan habe. Hier ist wie ich Schulte sehe. Hier ist wie ich Arrhe getan habe. Das ist was ich sehe. Dann komme ich auf Licht. Und das Licht hat eine sehr große Kroft. Ich habe es gemacht, manche, wenn ein Mensch mal ganz aufkommt, und sage, ich sehe Arrhe. Ich sehe Schulte an das. Das ist sehr interessant, was das geschaffen hat. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das ausfingen haben, was von der Gewalt, die Kraft an ist. Wenn du in Konflikt hast, und du erst mal einmal in den Konflikt, und stehst, ich sehe Schulte an das. Ich kann es nicht, was ich getan habe, das wird rundherum stehen, und die Leute. Das ist was ein großes Vieh, an das. Plus zum Beispiel, wenn ich ein bisschen ein Vortig verknall habe, ja. Und dann in der erste Rahmen sage ich, hey, was hier worden, mein Vortig? Und die nächste sage ich, ja, was hier worden? Wer hat das getan? Wenn du verbläuert, die Wasserhäuser haben, haben wir mein Vortig noch angebackt. Wo war er immer an schwingen? Der ist nicht gekleift. Was fehlt ihm zu tun? So, wenn die Polis aufhören, dann wird er auf den Abruh, und dann kommen Meier und Meier, wenn sie alle abgeregt werden, und du hast es so, wenn er vier brennt hat. Und dann kommt da einer ganz, die Leute abgegangen, und sagt, weißt du was, ich bezieht hier nicht. Ich sehe Schulte an das. Ich habe nicht sein, und ich sehe, ich sehe Schulte, 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 und ich sehe Schulte, und ich sehe Schulte. Weißt du was passiert da? Die 15-jährige Mannen, die waren alle abgeregt sind, und reden vom Polis aufhören, und wer uitgekleift ist, und was das für ein Mensch konzern, und die noch war. Aber einmal da hat sie statt, dass sie zwarte, ein armer Wouter, ab und vier gehalten ist. Das ist die Kroft, Ben. So eine Kroft, die habe ich angekriegt. Eine Allmache Kroft, muss ich sagen, ich sehe Schulte, hier sehe ich. Das ist nicht mehr, dort parkt es da. Jeder Mensch wird ein Armeck, hat sich das für Parken. Weißt du was, da war es dann, wo ich öfter habe? Da hat er Gas abgegut. Aber ich sehe Schulte, das ist eine Allmache Kroft, Ben. Und weißt du, wenn wir im Bett wieder gehen, und das Licht nehmen. So eine Kroft ist dort, die kostet nicht mehr, die in ihr sein. Kriegst du es für denken, wie weit du näher die Paarelein habt, die vier. Warum ist das ein Dachtier? Und wenn man nicht nicht dachten hat, dann sagt man, die Frau, da hast du vier in die Paarelein, kann ich ein Vier sein. Nein, ich weiß auch nicht, hast du drauf geswischt? Wie kann es nicht sein? Da, wenn ich sage, dass diese Kroft die Posse ganz krank bin, und diese Gotteskroft habe ich nicht mehr an sie gesehen. Da kann es den einen großen Sturm, du weißt dort, wenn du was seinen Ausdruckkroft hast, dass ich bloß ein kleines Witz übertrete, ups, dann dachte ich, wenn ich nicht den Glauben habe, und hier habe ich das Bild, Gott aus der Power Plant von Licht. Gott ist der altmache Kroft, wo er uns zum Licht bringen hat, und wo er eckt was. Du kannst die Rütt sehen, Rüttbrücken, so viel hast du was. Aber wo kannst du anknackt an die Paarelein? Du hast bloß einen Drote schmieden, so dein Wifere, ja? Der in der Oberste hat einen Drote etwa, wenn sie wieder zu Abend um zwei leiden, zu einem hat es in ihr den Barm nicht und und einer wieder oben etwa, dann stück eine Stange an den Schmied und droht etwa, dann kann wir Radio hören, ohne Freiheit, aber dann wieder vier. Seine können wir nicht, aber wenn wir Radio drehen, dann bist vier. Ich habe hier auch so statt, da wir bloß noch in den wohl, dort schafft, aber Gottes allmache Kroft habe in der Bibel geschrieben, da keine Menschen nicht verdrehen, die Menschen stöke ut, da bin Berg Sine und seht, Gott, we will nichts mit ihm tun, uns ist Angst, so eine große Kroft ist das, und das kriegt mit diese Power, er wird wie ein Transformer, das ist was Jesus ist, was Jesus von Transformer für uns, dass wir an diese Kraft an connecting, hei ward mensch, hei wie ein mensch ist wie das wird die Bibel sagen dat und da ist nicht in transformer was oh die ist entstanden man das verstaunt nicht aber wirklich wollen nennen lote dass Jesus gekommen ab das wird mensch wie ein fleisch ja mensch ohne Sinn und da nehmen wir wo kann ein mensch ohne sinn sind du er kenne nicht wo kenne is er und sagt wens hei wie von gott geboren hm wo weid wir dort dann ist der engel kommt und sagt dat maria soll in sinn kreien da fragt maria wo kann ich in sinn kreien ich weid von dein man das ist dein man was me auf pregnant gemerkt wo kann ich in sinn kreien dann sagt das engel weid du weid stö in sinn kreien und die was von die geboren ist nicht von irdischen vora als vom himmlischen vora so nicht habe ein klin bet das stahl anfing wenn johannes 3 das sagt was er nicht vom himmel rauf gekommen ist wo ich nicht vom himmel fahren kann ich das ist die sehn Gottes das ist vom himmel rauf gekommen hier fleisch geworden die kommen im himmel fahren dann brückt er wieder und dort wird kein wach sein verjüngst aus die mate vom jes geboren worden was von fleisch geboren war das fleisch was vom jes geboren war ist jesd so ich wird hier brückt wie eine kraft wir haben in reimerach verschaft in verschaft in ersten klasse da sagt das klop an der jesd an uns wohnt wat jesus vom graf ritholt dort is die graf geen sinn dort is die graf geen fleisch das we kennen und das wir transform das macht uns klar yes ja nu kann ich verstehen und wo kann ich dem jes schreiben na chora wo kann ich an connect wo jeter han aber der nächste an starter das zu glauben wenn ich wirklich die bibel die sagt dort die bibel sagt wer an den sehn gottes gleift die weit dass er lebe hat wenn es gleift an dem sehn gottes ist wenn diese bibel wird hier geschrieben ist gottes wird es und das sagt hier wenn wir wirklich glauben dann dass wir können jesus aus jächst annehmen dass er an uns wohnt dann sind wir waren geboren so das ist die transform wo jesus so schmack gewesen haf und weich was jesus noch weißt er sagt ex hier kommen die ganze welt raten so die ex entlief von die wenn hier kommen es uns raten dann ist ein beicht wie unkneckt unkneckt in bian dann sagt wir wieder gehen wo wir wieder kommen und zu verstehen es und diese all mache kraft so es licht schafft wenn wir um licht kommen das sagt wenn wir im licht sind so wie im licht ist dann haben wir gemeinschaft mit Gott und einander das ist was hier passiert und so ist das licht hier dag und oh wir können fijn sein wir können alle rum gehen also selber nach wo waren hier dies da wie wo wird dann sein und dann und denken an wie würde hier alle dies merken und wir bieten dies an dies sturm wir wollen mal schon fahren dies hat zu drehen wo lange du mit drehen wo die ist da war kon ich immer weil die hüte zwitschers ein kennel dachen dann ist all dacht da muss so nicht kennen und das ist ein feines bild von dem was wirklich das in johannes 3 das war der kapitel verschein entwinnig da sagt wer der wahr hat das teke mal dann koste ich nicht verlehen so denken das ist nicht sehr schlimm an mich ich sehe noch schlecht als alle anderen dann was nicht an a war hat simply der war hat das die kommt um lech um dort sind die wort oben worden hey was habe ich getan aha ich habe gestohlt ich habe toll gewaßt ich habe wotrig gewaßt ich habe eine hahn aufgeworfen in der natur habe alle getan das was ich sehe ein Freund kam noch ein paar Monate als Jugend jung war da wie in Campeche wo wir schon auf Arbeide haben dann wir haben ein war mit so coffee break haben auf englisch rest haben dann wir einmal der Frau und die oberer meine jahre wo ich habe und was ist das beste hier und fangen an zu vertellen und habe nicht mit hier so fangen an zu vertellen weil wir haben die stohle haben wir haben alle haben verkauft und so dinge gelb gemerkt und hat es genug dass ich mir anders tagen wenn du nicht so genut wie er dann werde ich von der und sann hast dort um licht kommen jas ich sehe du wast aber nu sie kent jen gott dort wenn und ich sehe das alles was die fing an me von däun was er beder ist als du von glück ställer das kämpft an Gott das wurde von kommen dead so ob sein das dacht dacht sind dort ist ein licht das die transformer und wort brukt wie das gläuwen on det und das auch das seltsche ding was du brukt diese kauf diese allmacht zu sägen dann ist ein kleines switch da wer ist die kleine switch woher soll ich hier an gehen nach das andere bild das hat die switch ich will das ist die switch ich gläuwe Jesus das hast du getan für mich und ich gläuwe das und weet du was an den glauben du hast wie diese hand recham gottes gottes kost du noch betere bild von gottes hand ist das oder von gottes kraft und mage kraft das andere denken ich will nicht sei dass jemand die gottes fest hat aus hand aber ich will fest dass gottes eine kraft und sich durch dem glauben was an die schaffen kann wir beleven das verschieden und ich diese betere beleven kann und das ist wie wir in die wesen sind in ganz eng feilen in wird nicht bloß feilen ich versuche mich zu betere ich kann welchen Zeugnis geben davon ich bin sehr hoch mit große Person sehr viel pride ich hielt viel von mich ich war ein klöker jung und ich wüsste und ich sage das so ich kiegt immer noch so jungen was geraten werden was alle moe kraft und jeder eine respekt hat und mein lebt hat auch und ich dachte immer so ich würde so ein leben vieren die ganze kolonie sich befreien wenn ich mich betere und die dacht dass wir das leben in ekel und meid wir und das nicht viel joh so ich sage ich stelle in alle hand ich so riese te wessen tot me das leven so zu wir ich will mich befreien jetzt die Zeit und dann versuchte ich mich zu befreien ich alles know was ich geluid was grote jungen stelle damit hier und das sagt ich auch und ich so wie das so das am out wird und wird eine bruderschaft wird vergestalt dass sie mich tofen wollen und ich habe alles bekan wie ein feiner jung aber ich habe nicht den Fried Gottes in mich ich habe immer noch die Angst wenn ich wüsste dass ich das leben muss das sein als ich habe ich alles bekan ich hat alles getan und ich habe alles ich wüs nicht wie das aber ein bruder das jemand fragt mich wot mich in mein beteide lewe jenken und ich habe ich habe habe alles beteid ja ich habe ich habe nicht in Fried ich habe ich kann ich das ich ich habe ich weiß nicht wo kann ich noch mal glauben und weißt du, was er in den Oven, das sei mit mir reden, dass er nicht mehr am Topf ist, er ging in den Häusern, krieg ich so hopeless, und dann ging ich in den Häusern, und er rührt mich aus, kein Bach. Ich hoffe, für mich ist nicht eine Betierung, ich kann es nicht. Und dann die Leer, wo ich liegt in den Häusern, da kommt es so weit, dass ich an mich zu Gott sei, dass ich die weiss, dass ich die weiss, aber ich kann nicht, ich will nicht, dass ich die weiss habe, wo ich mich anhebe, mein ganzes Leben alles wies, bloß in die Häusern, und ich will nicht, ich sage, Gott, wenn du mich nicht anhebenst, ich will nicht, dass ich das zu tun habe, was mich traf, und ich will nicht, dass ich die weiss, dass ich die weiss verlet, gemacht habe, und ich lache. Gott sei bipartisan das ist, Gott sei activism, dass ich raus dem Häusern, mich, und ich hoorde hier, creating Freude. Gott, du weisst das alles an. Gott, ich hatte mich Angst auf, das ist woher diese Häusern gel ab. Op 목砰 wurde das bewาก. Das ist von dir auch noch von mir. Ich habe eine Erfahrung, ich habe gekriegt. Das war. Ich war bloß am Englisch. Aber das ist ein Hund. Das ist von mir real. Und das ist eine Graf Gottes. Wie war das denn? Menschen sich betieren sollen. Ich habe gebeten, dass man einmal Lothar seist, da sah ich so ein klar das Licht kommen. Das wäre real. Das führt in mir an, und das fällt sich so, dass alle diester ströpst, so war ich, da bin ich eine große Freude. So, von dem ist ein Licht. Oder sah ich den Engl. Ich sah das in die Wolke, das ging da so open, das sah ich mit schmacken Engl auf. Weet ihr, wie gnädig Gott ist? Hier ist eine gewollte Kraft. Und das Licht. Wer uns nicht Angst hat, ob es zu merken, in der wird vergrönte Sünde, schweinliche Sünde, schämhafte Sünde, die uns nicht diätlich sind, aber in der Duna, wer wird ihm um Licht bringen, sagen wir, hier gehört ihr sie, ich. Das war das. Meine Worten sind oben, weet ihr was? Gott, Gott nehmt die Ola, dumpt die Mauer in die Dupste sind. Und das war wir frei. Und das ist wirklich das, weil Gott ist beleidig. Und das ist so wertvoll. Und ich freu mich so, dass wir keine im Engl. Das ist ein Geschenk, das ist das Krieg, das ist. Und das ist ein Geschenk, das ist ein Geschenk. Und das ist ein Geschenk. Ich freu mich, das ist ein Geschenk. Und das war wir frei. Bloß in seiter seilischer Fried. Ich komme noch am Kampf nicht. Ja, und wenn ich sage, wie blieb es ist dort? No, da muss Gott nicht reiten, um am Kampf nicht gehen. Verwärts gehen. Und das ist nicht immer so geblieben. Ich habe gesagt, es ist eben, ja, Lothar. Nach einer derben Erfahrung, die mich von der ersten Tag noch kriegt, so viel wird es aus der Beziehung. Woran? Wenn es dort war, dann wäre wirklich der Haar mein Leder. Er ist wieder mein Rader. Er rät mich von all das Zindeleben. Ich werde frei von meinen jammeligen Dingen, was ich getan habe. Und er wird mir gedumpt, wo es im Diefste ist. Aber einmal, werde ich sagen, oh, das ist ja alle Träger voll. Kann ich leben, so feilt ich, ja. Das, wo Christus mir einmal erkennet aus meiner Leidung. Er fällt mit dem Helden, yes, ich bleibe. Noch besonders an die Erneuerung des Sinnes. Der Renewing of the Spirit, yes, of the mind, sage ich nicht so. Wie Brücke to erniedert worden. Es ist in Chalastro 3, sage ich, Trage den alten Mensch ut, stoff to das Zindeleben, und dann trägt ihm nie ein Mensch an, da noch, aus der Erkenntnis trichst, von da werde ich gemerkt haben. Und das ist, was mit mir passiert, durch mein Leben. Ich bezieht mich, ich nahm die Genut und Vergebung an, und ich lebe, wie es ist dort, aber ich weiß, dass es wirklich mir leidt wird. Und das, wo ich noch, wo ich noch noch an eine ganze Jahrzehnte Kroof aanknackt zu können, ist er an, dass ich an 12 Volt, und jetzt kann ich an 22 Volt rollen. Und ich weiß, was, mit 25 Jahren habe ich gerade in der Mutter drief, und ich war 12 Volt. Aber 12 Volt, wie ist das nicht? Das hat eine Kroof. Ich kann ihm da kommen, und ich hat eine Kroof. Aber ich habe ein Feld in mein Herz, mit einer Gerater Kroof. Und ich weiß nicht, plus dort, ich habe eine Depression. Und mein Christenleben, auf ein Missionsarbeit, wo wir mit einer Familie in der Mission werden. Du hast, wo ich Taubbruch mit Depression, und ich kenne, Gott, wo hat er das nicht mehr? Ich sehe die Norbert, und du wirst mich hier schwälen kommen, und mag er mich verloren fallen, ich bin belädig. Gott, ich bin immer. Von da war ich so dankbar. Er hat mich einen Test. Er hat mich an der Universität, in der High School, in der anderen Welt. Er hat mich an eine extra Schule, wo er mich wiesen hat, er will haben, ich soll diesen Test merken. Wenn es er will, er will mich brücken. Er will mich brücken. Er will mich noch einmal, von der ersten Tag, wie würde ich überhaupt nicht sehen, wenn ich das nicht erlebt habe. Vielleicht war er ein anderer, war ich ja, oder? Ich weiß nicht. Aber er hat die Brücke, die direkt ankommen, und er kann glauben, ohne feilen. Weißt du, was dort wird das? Wirklich zu glauben an Gott, ohne feilen muss? Da leid er mich, das in Frieden feilen, und dann sei der Hand drauf, Leute, dann sagst du, Jolotah, da leid er mich, wahrer, das ist als, die du bei Frieden, in Frieden feilen, eine Erfällung von den Hellen, jetzt, man kann aufgehen, in die teuflische Macht. Die nahmen mich noch, da ich die Schäu, wo er noch kann, und fange zu glauben, ohne feilen. Er weiß mich nicht, eine Hand, er geeft mich, und ich brauche ihm so, er soll mich, wenn es entdecken, wie es am Himmel, und da tecken wir mich nicht, Gott, was er weiß, aber ich kann, wirklich, bleiben, ohne feilen. Er gefeilt mich, verdammt, ob ich noch Gottes Witten war hat. Weißt du, was er so nennt? Das Licht, nüsst mich das klar. Mir ist noch nicht alles klar. Hier sind immer noch falsch, weil ich nicht weiß, was er meinen, aber einer lässt mich klar, dass er kann noch manchmal sagen, ich weiß nicht, was er meint. Aber Gott, du weißt, dass er mich noch schützt im Glauben, wenn er nicht alles verstanden kann, was er da ist. Ich glaube da noch an dich. Wenn ich dachte, was komme, wo mir das fehlt, ich habe ganz vertrauen, dann würde ich switchen, switchen. Dann würde ich einer sagen, yes, das ist, was er ist. So, diese Powerland, dort ist ein feines Bild, wort wir Brücke tennen, um wirklich, im Licht zu kommen, durch den Kopf zu kommen. Weißt du was? Ich wünsche dir das alle, ich weiß nicht, wer hier ist. Aber das zu beleben, eng zu kommen, mit dem Trouble, was wir haben, und um Licht zu kommen, sage ich, hier sehe ich, ach, ach, sie schuldig. Morgen und früh. Denk dir mal nennen, was vom Wind ab Gottes, da kann ich passieren, wenn jemand einmal wirklich von heute, aber da würde es sein und sein, ach, sie schuldig. Dann habe ich den Transformer, auch in die Knie, und ich werde einswitchen, und das dachte, das wird passieren, nicht. Ich sehe euch, ich sehe mich, ich weiß nicht, wie da ist, was diese Dinge passiert. Und jetzt sind die Staupen, die wir brauchen, zu nehmen. Weil wir noch ganz kurz, diese Staupen nehmen, Nummer 2, finde ich, weil wir mitgegeben, dass wir daran denken, versiegt nicht, die Heilung zu kriegen, ohne Verratung. Viele Menschen, die kommen, und die wollen, helpt her, für ihre Beleidigung, in Weidung, ihre Gemeindentrubbeln, ihre Marriage Trubbeln, eure Trubbeln. Und die sind nicht klar, mit dieser Erratung. Da werden bringen, ich diese erste Klasse, eine Lehre von, welchen wir diese Erratung klar haben. Wenn die dort klar machen wollen, dann werden wir noch die nächste Staupen gehen, dann sind die Klasse gegangen, und dann sind die da wieder. Wo wir wirklich Heilung treten, für die Dinge. Wo wir brauchen diese Erratung klar zu haben. Und ich will die gleiche Angst machen, weil diese Dinge, die, oh, ich habe mich beteilt, aber, oh, heute noch nicht. Was da alles so ist, ziek auf die letzte Dach nicht beteilt. Ich will die nicht diese Angst haben, ich will die dir die Lehenheit geben, das klar zu merken. Ich sage manchmal, so ein Kind geboren wird, oder so ein Baum geplant wird, weil da haben wir alle Brücken. Als du hier Ratbessere nicht, kannst du an deine Frucht sein, hast du die Kraft hier in den Sinn, hast du an diese Kraft auch geknägt, dass du kannst nicht sein, zu bedenken, dass du kannst loslaten, zu bedenken, dann hast du die Kraft Gottes, dann best du weitergeboren. Wenn du das nicht hast, dort mag diese Feile, hast du die Kraft doch nicht. Das mag nicht klaar. Twiwel nicht lang. Nehmt Jezus Christus zum Glauben an, connect und ist ein Transformer an. Und was ist das? Mit dieser Switch, ich will. Herr Jesus, du weißt, dass ich will. Und ich will mich, um mich aufzuhalten, was es kost. So ist die du am Kriegst, mit meiner Schauung, so ist ich auch für dich, mit meiner Schauung, mich aufzuhalten. Und das ist nicht eine Schauung. Das ist, wo eine Rattung passiert. Das ist, wo eine Heilung passiert. Und weißt du, wenn du nicht glaubst, dann kannst du das, du fängst mit deinem Partner. Und du musst ein Reich vorstreten, in diesem Bett, ganz Reich. Dann fängt man nicht, wo das Schauf, wenn ich sage, oh, schau mal, ich sehe ein Reich. Du bist ein Reich. Du wirst ein Reich. Du wirst ein Reich. Du wirst eine Kraft kommen, was du überleben kannst. Und ich glaube, wie viel für die, in China dort. Aber das ist ein Ding, worauf wir brücken, durchzugehen, diese Staubung zu nehmen. Wir fangen in Hebräer, das Vers 1, bei 2, sagt, wenn wir mal nach dem Volk kommen haben. Nicht bloß immer bei der Grundlei von Bussedon und Aufprachen und wahre, in wahre Grundleien. Wenn wir mal verwärts gehen, nach dem Volk kommen haben, und dann wird. Und das ist ein Karoffenknecht, der hat mal gedacht. Das Bild. Wenn du nicht sehen, Gott ist frei, dann sage ich, Reich, frei. Und weißt du, dann kannst du smile, mit deinem Hort open, sei frei. Das ist, was dir passiert ist. Und so, als ein Vers nicht kann in einem Lauf leben, so kann die teuflische Macht nicht in einem openen Hort leben. Hast du mal an gedacht? Ein Vers nicht nehmen, das geht nicht lang. Die Stanker und tobt und steht und jetzt ist tot. Und dort ist die Kräufe von Jesus Christus, wenn wir dort lachen, ein dort lachen worden sein, dort kann die teuflische Jäste nicht leben. Und das ist die gelegenheit, was wir haben, um Licht zu kommen, bedingungslos. Hier sehe ich, da muss die teuflische Jäste abweichen. Und weißt du, was? Die war schon bereit, die hat gesagt, die ein Smile und sei Dank, sei Jesus. Alles verjäft, Reich, frei, Frieden, am Hord, Gloven, Vertrauen, Geduld, und ich habe ein Geist von Däinen. Das ist was passiert, wenn wir um Licht kommen, dann. Däinen. Däinen.